Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Far Cry 4 Video. Wir werden uns heute wieder mal mit dem verrückten Priester-Waffendealer Longinus unterhalten. Also jetzt schauen wir, was in der Box ist. Old Money, altes Geld. Okay, ein Sherpa, oh fuck. Kann man bei dem was heinkaufen? Ja, kann man. Ja, heißt aber nicht, dass nachdem ich mit dem Fluten gesprochen habe, ich nicht wieder in den Himalaya oder so fahrenfliegen gehen muss. Ah, das ist einiger. Okay, Longinus. Jetzt geht's los. Das ist schon feinbar. Toll. Psalms 23, Vers 4. Er hat so einen Knall. It is good to see you again, AJ. Are you here to do the Lord's Walk? Are you here to do the Lord's Walk? Yes, so. I have a confession to make AJ. I, dear, evil. Not the evil of other men for, that can be dealt with easily. No, it is the evil with in myself that I fear. Do you remember my sins? Ja. The terrible business that I spoke of. You're talking about the diamonds, right? Yes, and the blood of the lamb washes away all sins. But in order to gain purity, I must repent and make an act of contrition. There are more of these sins here in Qanat. And they must be tracked down. Start by finding a lost sheep. Follow him and he will lead you to a vote. Bring me what you find with him. And he calls his friends and neighbors together and says, Rejoice with me, for I have found my loss. Okay, alles klar. Uh, der Typ macht mir schon langsam Angst. A shorthand. Ja, also typischer religiöser Fanatiker. Uh, reach the designated location. Das ist blöd, dass die Missionsziele bei dem Spiel genau hinter der Kamera aufleuchten, obwohl mein Bildschirm eigentlich breiter ist. Reach the designated location. Das ist ja weit weg. Gibt's da ein Flugzeug? Also, ein, ein, ein Hubschrauber. Äh, ja. Ich hole mal den Hubschrauber, weil ich bin faul. Till the smuggler to the destination. I've been detected. Follow him while remaining close. Ich muss ihn tun verfolgen. Einen Schmuggler. Ich fliege da trotzdem hin. Ah. Ja, gut, das funktioniert. Also, ich glaube nicht, dass das in echt so funktionieren wird. Aber, pssst. So, versuchen wir da hinfliegen. Hoffentlich funktioniert das auch nicht, dass der Kerl uns entdeckt. We have liftoff! Ich könnte jetzt singen, I believe I can fly, aber ich glaube nicht, dass ich fliehen kann. Ich weiß es. Kill the target and take his key to the blood diamond world. Alles andere ist nicht unbedingt sehr leise zum Anschleichen. Und kraxeln, kraxeln. Das ist mit dunklem Spiel, oder? Ja. Smuggler approaching, stay undetected. Und von wo bitte soll er kommen? Tail, der Smuggler. Wie soll ich dem nachgeben? Ich habe ihn geteckt. Ich wollte das Auto nehmen, um dem nachzufahren. Das heißt, ich brauche ein Auto, wenn ich dort bin. Reggie and Yogi need a test subject for their Y-Quest. Ah, jetzt ist ein Auto da. Okay. Ich hoffe, ich komme den Berg da überhaupt gescheit runter. Dürfen mich nicht sehen. 84 Meter. Zu knapp. Wir sind mitten im Dschungel. Ich verfolge die mit einem Auto und keiner merkt was. Nichts, ob das so viel Verkehr ist, dass ich nicht bemerkt werden würde. Was, ob ich in der Menge untergehe, das ist ja nicht so. Du siehst mich nicht. Nein, du hast mich nicht gesehen. Okay. Fahr einfach. Die zielen nicht immer schlecht. Okay, das mag ich. Noch Fragen? Nein, gut. Das auch. Vault Key. Sehr gut. Ich weiß, das muss ich in... Okay, gut. Durchsuchen wir noch ein bisschen was. Nein, ich will das auch durchtreppen. Ach gut, dann fahren wir weiter. Durchsuchen wir jetzt auch. Ah, ich glaube, ich muss da rein. Ich glaube, ich muss da wegfahren jetzt. Okay, das war jetzt nicht unbedingt weit. Was finden wir in diesem Vault? Take the Blood Diamond. Okay, so viel zum Anschleichen. Wirklich? Ich mag dieses leichte Maschinengewehr. Noch mehr? Ah, ich habe einen Escape with Blood Diamond. Das heißt, das kommt mir in der Slotisation. Oh, fuck, da draußen ist eine ganze Kompanie. Wow. Gibt es ja gar nichts zum Surgen. Boom. Hm. 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 Gebt mir all euer Geld. Das war lustig. Kurz finde ich. Aber ich muss noch escapen. Vielleicht kommen jetzt noch welche, die mich verfolgen. Aber wenn das alles war, dann war das relativ kurz. Ich nehme mein Auto, weil ich so komme. Natürlich ist da noch wer. Das war ganz woanders. Wo ist der Punkt? Ich muss um den See herum. Ich überlege mal, ob ich gleich die... Nein, warum nicht? Ich schaue mich immer verfolgen, wenn ich komme. Zuerst muss ich da mal hinkommen. Au! Ich hoffe, da ist nichts, was mich beißt. Schwimm! Vor allem unter Wasser hat man nichts, mit dem man sich verteidigen kann. Nicht immer das Messer kann man verwenden. Außer bisschen Blätis. Ja, da gibt es Krokodile und Haie und... und so komische kleine Piranhas. Das ist das ganze Teil, vielleicht. Kann ich da raus? Da ist das war ich, glaube ich, noch nicht einmal. Ja, ich kann raus. Sehr gut. Viel Spaß beim Verfolgen. Das ist ein Tempel. Ich bin auf der Durchreise. Hallo und tschüss. Das war ein Kurzbesuch. Ich bin wie diese Touristenbusse, die... eine Woche lang durch ein ganzes Land fahren. Glauben, sie sehen alles. Bin ich da nicht auf der Hauptstraße, oder? Nein. Gibt es da kein Boot? Nein. Okay, wir schwimmen. Blub, 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 blub. Okay, der wird dann wieder langsamer. Das ist wie Iron Man. Laufen, fahren und schwimmen. Ja. Nur, dass ich meine ganzen Waffen eingesteckt habe. Meine ganzen Sekunden. So, apropos Waffen. Die werden jetzt einmal nachladen. Was leider bei dem Ding etwas dauert. Aber dafür hat man auch viel Munition. Pro Magazin. Also, ich habe mich echt nicht mehr Riesen. Lassen Sie es euch da einfach liegen lassen. A Short Hunt. Mission complete. Okay. Anscheinend, soll ich den wirklich einfach da liegen lassen. Lassen Sie nichts mehr rum, aber ja. Immo Wrangler Skill. Has been unlocked. Hm? Was für ein Skill? Amo Wrangler. Ah, der Reload Speed for all weapons is greatly increased Ich möchte aber vorher noch den ganz unten machen, Sprint Forever dass man für immer laufen kann aber dafür brauche ich 4 Skill Points ich habe einen, also das wird noch ein wenig dauern Sogar die Quad Bikes haben ein Radio Ja und hiermit möchte ich mich von euch verabschieden dieses Video beenden, das wollte ich eigentlich sagen ich hoffe es hat euch gefallen ein neues Quest ist auch erwählabel gleich perfekt für das nächste Video Ich hoffe es hat euch gefallen Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat Daumen nach oben, Kommentare bitte in die Kommentare Box Ich verbreite Videos über Facebook, Twitter und Google Plus Ja und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder